EFC hat uns in diesem Jahr alles weggenommen, was uns Spaß macht. Unsere Weekend League, Division Rivals, Icon Swords, für die wir gegrindet haben, SPC-Spiele, Ziele, Packs, Coins, alles, um Geld zu verdienen. Ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich mir denke, was soll ich als normaler FIFA-Spieler noch in diesem Spiel machen? Was habe ich hier zu suchen? Jungs, irgendwie bitte ich euch auch in diesem Video um Hilfe. Ihr seht ja, dass ich auf jeden Fall auch YouTube mache und bis jetzt immer es mit Herz gemacht habe. Und meine Videos machen mir auch wirklich immer Spaß, und dann kommentiert, ob es SPBs sind oder Aufnahmen. Aber dieses Jahr, in diesem EFC, ich hatte einfach keine Ideen mehr. Ich hatte das einfach noch nie, dass ich ideenlos bin. Es ist komplett abfuckt, dass auch so scheiß Events rauskommen, dass gefühlt nur mehr Coins-SPBs gut ankommen. Und Coins-SPBs sind natürlich nice, aber wenn ich fünfmal die Woche Coins-SPBs hochrate, dann bockt das für mich auch nicht. Lootwart die besten und sichersten Coins. Als Beispiel, ihr wollt euch 5 Millionen Coins kaufen, klickt drauf, drückt auf Buy Now und könnt hier mit dem Code ENSTAR nochmal auf jeden Fall 8% sparen. So zahlt ihr 180 Euro für 5 Millionen Münzen. Natürlich könnt ihr euch auf jeden Fall hier auch weniger kaufen. 24-7, ein Live-Support, der dir auf jeden Fall dabei hilft. Und es ist wirklich die sicherste Seite. Schnell, billig und ein sicherer Service. Sichert euch FIFA Coins mit dem Code ENSTAR nochmal 8% Rabatt. Gönnt euch. Die haben dieses Jahr so viel falsch gemacht, die bringen die ganze Zeit Shop-Packs raus. Es juckt keinen mehr. Guck mal, wir sind in Ultimate Team drin, Jungs. Ich stelle euch wirklich eine ernst gemeinte Frage. Wir gehen auf die Promo-Packs. Wir sehen hier, hier. 35 K-Packs, 60 K-Packs, 120 K-Packs, 150 K-Packs, 200 K-Packs, 400 K-Packs, 600 K-Packs, 700 K-Packs. Bro, wo ist der Grind? Also wo bleibt der Grind, wenn jeder sich die Spieler erkaufen kann? Für Champions System, 20 Spiele. Wer von euch Hand aufs Herz macht jetzt noch im Wochenende die 20 Spiele? Für was? Leute holen 11 Siege, geben den Rest und verschenken ihn her. Ich verstehe nicht, wieso EAFC uns den Grind weggenommen hat. Zum Vergleich, ihr wisst ja, dass ich auf Twitch streame. Ich hatte beim letzten FIFA, ich hatte 300 Stunden monatlich nur gestreamt. Und jetzt habe ich 30 Stunden im Monat. Weil es einfach keinen Sinn ergibt. Du spielst eine Wiki nicht, du ziehst nur Scheiße. Du kannst auf jeden Fall erst nur Fortschritte machen, wenn du Coins kaufst oder wenn du Packs öffnest. So, was soll ich als normaler FIFA-Spieler, und ich frage jetzt genau dich an meine Zuschauer, die meine Videos gucken, ich küsse erstmal dein Herz. Was würdet ihr mir vorschlagen? Ich habe zudem meinen Game Aborter gesehen, er hat eine RTG gemacht und ich glaube, er hat Spaß daran. Ich überlege auch eine RTG zu machen, aber dann werden wahrscheinlich auch Kommentare bekommen mit, ah, guck mal, der hat angefangen mit RTG, dann direkt ihr Format klauen, Videos klauen. Es sind wirklich Kopfschmerzen, Jungs. Wir machen wirklich momentan nur die Videospaß. Ich zocke FIFA offline nicht mehr. Wir machen nur die Aufnahmespaß. Ich habe früher auch privat so viel FIFA gezogen, Ultimate Team gezogen, ich habe gegrindet, ich habe SBCs gemacht, ist alles weg. Bitte, ich frage euch auch als Zuschauersicht, was soll ich auf diesem Kanal hochladen, damit der Kanal noch steigen kann? Das ist mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand das schlechteste FIFA auf diesem Planeten. Wie kann man so auf die Community scheißen? Wie kann man so auf die Leute scheißen, die jedes Jahr über 90 bis 100 Euro für das Spiel rausgeben und 10, 100 Euro oder 1000 Euro reinstecken? Ich verstehe, was EA ihr Ziel ist. So, ich dachte, ein neuer Name, die werden wieder die Community pushen, die werden ein bisschen auf die Community hören. Nein, einfach gar nichts. Für mich ist das ein Skandal. Für mich reden die Leute auch viel zu wenig. Ich glaube, die ganzen Leute und YouTube haben es einfach akzeptiert, dass es Müll ist. Aber ich finde, man muss irgendwas dagegen machen. Die scheißen komplett drauf. Allein der Punkt, als EA FC rauskam, Vorbesteller, gab es schon bevor das Spiel offiziell draußen war, 200 Kpex im Shop. Also wie krank müssen die bitte auf Geld sein, dass einfach die komplett den Grindelb genommen haben. Ich meine, es gibt jetzt schon, es ist März, es gibt ein Gefühl, untauschbare, es gibt wiederholbare Icon Packs. Es gibt einfach wiederholbare Icon Packs im März. Das kam letztes Jahr erst im August oder so. FIFA 23 war echt noch geil. Auf Ernst, hat mir das noch Spaß gemacht. Dieses FIFA, ey, ich kann, also bitte, ich will gar nicht wissen, wie viele von meinen Zuschauern gequittet sind. Oder wie viele Formate die YouTuber, also ihr Zuschauer von YouTuber nicht mehr guckt. So, ich denke, außer ICBs, ist auch formatmäßig als YouTuber tot. Man sieht es ja auch an den Aufrufen. Die Aufrufe sind fünffach gedroppt. Wieso? Weil einfach die reingeschissen haben. Weil sie mir auf Twitch folgt, ey, ich mache momentan ein bisschen mehr Real-Life-Stuff auf Twitch. Ich habe letztens mit Hamlet und so gestreamt, mit Kollegen. Wir haben echt einfach alles gemacht, außer FIFA. Es hat so Spaß gemacht, weil einfach der Grind-Faktor in FIFA nicht mehr drin ist. Ich habe ein bisschen Hoffnung beim Team of the Season, aber wenn ich das jetzt schon sehe, ist die Hoffnung auch weg. Also wir können wieder nur aufs nächste Jahr hoffen, dass sie was machen. Jeder FIFA-Spieler momentan, wenn ihr noch zockt, geht ihr wahrscheinlich um 19 Uhr in den FIFA-Kommenden rein. Geht auf die SBCs. Was kommt? Irgendwelche unnötigen SBCs, die keinen jucken. Zum 50.000 mal irgendwelche 85-Plus-Packs. Ein Joe Felix, geil, wenn er Upgrade bekommt. Sonst juckt er auch nicht, Alter, weil nach zwei Tagen sowieso eine bessere SBC kommen wird. Auf jeden Fall, man braucht auch keine Spieler-SBCs zu machen. Denn wenn er die Spieler-SBC macht, sagt sie so, okay, geil, ich habe eine geile Karte, Joe Felix. Top. Ich schwöre, einen Tag vergeht, er hat eine, es kommt eine klasse Karte raus. Oder Deadpack, denkst du, okay, ich nehme Deadpack mit, geiles Stats, geiles Stats hier. Zwei Tage übergehen, es kommt auch eine klasse Karte, denkst du dir so, man, wie soll ich diese klasse Karte nicht mitgenommen. Es sind so viele Punkte, auch mit wiederholbaren Icon-Packs, Alter, im März. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist deren Ziel? Die machen Geld, ja, aber die verscheuchen alle FIFA-Spieler. Ich denke, die einzige Option ist nur mehr, wirklich nur mehr, wenn ein Konkurrent kommt. Auch wenn es das letzte Mal Eli gesehen oder war das Game-Abole, ich weiß nicht. Die meinten, wo EA noch PS ernst genommen hat als Konkurrent, haben die sich Gas gegeben. Ich glaube, das war Eli. Da hat EA noch ein bisschen Gas gegeben. Aber jetzt mittlerweile, ey, Jungs, ich bin im Bruch. Vor allem, ich habe keine Idee, was ich hochladen soll. Ich habe so Bock. Einzige, was mir Spaß macht momentan, auch wirklich, wo ich 100% Spaß macht, sind SBB-Aufnahmen. Weil da ist doch wirklich so dieser Dings dabei. Aber auch bei vielen anderen Aufnahmen die Ideen fehlen, Alter. So soll ich siebenmal die Woche Coins-SBs posten, damit ich mehr Klicks mache, nur für den Moment. Bringt mir nichts. Ihr seht auch, es kommen gefühlt kaum Coins-SBs, weil ich mir denke, was soll ich das siebenmal die Woche hochladen, Alter. Es ist zu krass, wie dieses EA gedroppt hat. Und letztes Jahr, Ende, ein Monat vom neuen FIFA, war tausendmal besser als Anfang FIFA von EA FC. Und das ist crazy. Wie, das ist crazy. Freunde von mir, bekannte Zuschauer, auch auf Instagram bekomme ich viele Nachrichten, die haben ultimativ gequittet. Die zocken alle Nummer Pro-Clubs, Karriere sogar, irgendwas. Und irgendwann denke ich mir so, Alter, was ist das? Also nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt mit YouTube aufhöre, mit meinen Videos aufhöre, auf gar keinen Fall. Also ich liebe meine Videos und ich liebe auch das, was ich tue. Und ich hoffe, ihr supportet auch das Ganze. Irgendwie ist es jetzt, dass ich meinen Schmerz ein bisschen rauslasse in diesem Video. Und irgendwie brauche ich Hilfe von euch. So, Jungs, was soll ich hochladen? Was würdet ihr gerne von mir sehen? Ich stecke von mir aus 10 Stunden Cut-Arbeit in die Videos rein. Dass ich unterhaltsame Videos bringe. Aber ich brauche irgendwie auch Ideen. So, manchmal denke ich mir so, egal was für ein unterhaltsames Video ich bringe. Sobald es keine SEO-Bs und so sind, werden die nicht vorgeschlagen. Leute, klickt nicht drauf. Das ist auch wieder so ein Teufelskreis. Weil der Content ist echt Müll. 19-0-Content. Die Leute gehen rein, zwei Monate später gehen wieder raus. Das ganze Spiel ist nunmehr auf Geld basiert. Geld, 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 Geld. Die wollen nur Geld machen. Mehr auf jeden Fall nicht. Vorher, ich sage das oft. Ich habe auch einen Coins-Partner, Alter. Auch irgendwelche Packs zu kaufen lohnt es sich nicht. Holt euch lieber Coins-Elefis-Verspiel an. Ich habe mir wieder 4 Millionen Coins gekauft. Lohnt sich tausendmal mehr. Erste linke Video-Beschreibung. 100% Safe könnt ihr euch Coins kaufen. Echt, steckt nicht Geld in diese Shop-Packs rein. Bringt euch nichts. Zieht ihr nichts. Holt euch lieber Coins. 90.000 Mal mehr. Ist in 20 Minuten drauf. Es ist so schade, Alter. Dass es wirklich auch dazu gekommen ist. Dass einfach das Spiel komplett tot ist. Das Spiel ist tot. Es war noch nie so tot wie jetzt. Alle YouTube-Berharden haben 50% ihre Klicks verloren. For real, wenn ihr Ideen habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Und ich setze es wirklich mit Herz rum. Ich überlege dir RTG. Andere denke ich mir so, RTG machen ist es nicht ein bisschen zu spät. Ach Jungs. Ach ehrlich. Es ist wirklich traurig, Mann. Es ist wirklich traurig. Ich hoffe, 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 dass Team of the Season noch das irgendwie retten wird. Ich würde gerne auch mal eure Meinung. Ich lese mir alle Kommentare durch. Was ihr dazu sagt. Was ihr mir empfehlen würdet. Ob ihr noch denkt, dass dieses FIFA-Potenzial hat. Oder dieses EFC. Schreibt mal bitte gerne eure Sicht rein. Ich küsse und herzlichen Dank für den Support. Folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Oder auf Insta. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund. Und Ramadan Karim.